Hallo, ich bin Marianne von Glückswolke und ich zeige euch jetzt die 10er Reihe. Viel Spaß damit! Das ist der Einer. Eins. Das ist der Zweier. Eins, zwei. Das ist der Dreier. Eins, zwei, drei. Das ist der Vierer. Eins, zwei, drei, vier. Das ist der Fünfer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist der Sechser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist der Siebener. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist der Achter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist der Neuner. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das ist der Zehner. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich wünsche euch viel Spaß mit der 10er Reihe und bin gespannt, ob ihr es ohne Fehler schafft. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der 10er Reihe und bei mir. Das ist der Zehner. Das ist der Zehner. Das ist der Zehner. Das ist der Zehner. Vielen Dank.